Haben Sie sich nicht schon immer gefragt, wie das Leben wohl sein könnte, wenn Sie nicht länger auf Brille oder Kontaktlinsen angewiesen wären? Insgesamt leiden über 60 Prozent der Deutschen an Fehlsichtigkeit. Das ist der Stand vom Jahr 2001. So auch Sigrid Johansen. Da sie ihre Kurzsichtigkeit behindert, hat sie sich an die Visumit AG in Berlin gewendet. Dort wird bereits über zehn Jahre die Laserbehandlung am Auge mit dem Exzimerlaser praktiziert. Der Eingriff zählt mittlerweile schon zu den Routineverfahren der Chirurgie. Hier geht es nicht um revolutionäre Heilungsmethoden, sondern um eine Wellness-OP. Dr. Christoph Wiemann, ein mit der Visumit kooperierender Augenarzt, hat seit elf Jahren Erfahrung in der Laserbehandlung am Auge. Seine Patienten leiden unter allen möglichen Formen der Fehlsichtigkeit. Es gibt die Kurzsichtigkeit, bei der man ohne Brille in der Ferne nicht gut gucken kann. Es gibt die Weißsichtigkeit, da kann man ohne Ausgleich in der Nähe nicht gut schauen. Und bei der Stabsichtigkeit oder beim Astigmatismus sieht man verzerrt. Normalerweise behandelt man Fehlsichtigkeit, entweder mit einer Brille oder mit Kontaktlinsen. Seit einigen Jahren ist jedoch auch in Deutschland die Exzimerlaserbehandlung klinisch anerkannt. Der Exzimerlaser ist ein Kaltlichtlaser und verfügt über eine geringe Eindringtiefe in das Gewebe. Mit Hilfe des Geräts wird die Augenhornhaut schonend verändert, ohne das angrenzende Gewebe zu beeinträchtigen. Visumit ist auf dem Einsatz des Exzimerlasers spezialisiert und arbeitet ausschließlich mit modernsten Geräten. Der Vorteil, dass mit energiereichen Lichtstrahlen extrem fein und genau gearbeitet werden kann, wird in der Chirurgie schon seit längerer Zeit genutzt. Also es gibt drei verschiedene Verfahren, mit denen man das behandeln kann. Das erste Verfahren und älteste ist die PRK, Photorefraktive Kertektomie. Da würde ich heutzutage nur, um im Bereich der Kurzsichtigkeit zu bleiben, bis circa drei Dioptrien korrigieren. Dann gibt es die LASIK. Das ist das Verfahren, was heute größtenteils angewendet wird. Dort richtet es sich je nach Hornhautsdicke, wie viel man korrigieren kann. In der Regel so sechs bis acht Dioptrien. Und dann gibt es ein neues Verfahren, das ist die LASIK. Da ist es auch möglich, über zehn Dioptrien zu korrigieren. Das Fortschrittliche an dem neuen Verfahren ist, dass die Wundheilung, also die Heilung der Hornhaut, deutlich verbessert ist und damit Gefahren von Narbenbildung oder so etwas so minimiert werden, dass wir auch höhere Dioptrienzahlen behandeln können. Frau Johannsen hat sich für die LASIK-Methode entschieden. Pro Auge kostet sie dieser Eingriff 2000 Euro. Für die PRK-Behandlung hätte sie nur 1600 und für die LASIK-Behandlung, die neueste der drei Methoden, nur 1700 Euro zahlen müssen. Voraussetzung für die Therapie ist ein abgeschlossenes Wachstum am Auge. Außerdem ist eine vollständige operationsspezifische Augenuntersuchung mit entsprechender Beratung und Diskussion zu persönlichen Chancen und Risiken. Ein Muss für alle Patienten. Kontaktlinsen und Brille sollten zu dieser Untersuchung mitgebracht werden. Nur so ist eine optimale Bestimmung des aktuellen Brechungsfehlers möglich. Die OP findet immer ambulant statt. Die Operation selber läuft so ab, dass Sie sich langlegen. Sie schauen auf einen Pünktchen, einen Lichtpunkt, der ist meistens scharf, wird während der Operation zwischendurch auch mal ein bisschen unscharf. Aber Sie brauchen sich nicht zu verkrampfen, einfach locker in eine Richtung schauen, auf einen bestimmten Punkt. Alles andere sage ich Ihnen als Operateur, was Sie machen sollen. Sie brauchen auch keine Angst haben, dass Sie beispielsweise zu doll kneifen können. Ich setze da so einen Halter ins Auge ein, der die Lieder offen hält. Da passiert nichts, das merken Sie gar nicht. Beim LASIK-Verfahren, das ist also das Verfahren, wo die Hornhautlamelle präpariert wird, geht das so vonstatten, dass ich für ca. 15 bis 20 Sekunden kurz einen Ring auf das Auge halte. Das ist der einzige Moment der Operation, den Sie vielleicht als etwas unangenehm empfinden können, weil in dem Moment das Auge kurzzeitig fixiert wird. Ein Druckgefühl. Während dieser 20 Sekunden wird diese Hornhautlamelle präpariert von diesem Gerät. Und das ist das Einzige, was Sie selbst, wie gesagt, als unangenehm empfinden können. Anschließend schauen Sie weiter auf diesen Punkt, ohne dass Sie das merken. Das Auge ist betäubt und Sie können es in dem Sinne auch nicht sehen, weil ich ja direkt an der Hornhaut arbeite. Klappe ich dann die Hornhaut auf. Dann wird das Bild für Sie unscharf. Sie schauen weiter in so eine Leuchtwolke. Ungefähre Richtung müssen Sie nur einhalten, weil der Computer, der mit dem Laser verbunden ist, den Laserstrahl Ihren Augenbewegungen nachführen kann. Sie brauchen also nicht Angst davor zu haben, dass ich Ihr Auge irgendwie festhalte. Das eigentliche Lasern dauert nur Sekunden, 10, 15 Sekunden. Sie sehen nichts, Sie spüren nichts, höchstens riechen Sie was und es ist ein bisschen laut. Das hört sich so an wie eine etwas lautere Nähmaschine, das ist es dann auch schon. Und es riecht ein bisschen verbrannt. Frau Johannsen kann nach der OP sofort wieder aufstehen. Sie muss lediglich Augenklappen tragen. Das Komplikationsrisiko liegt bei 0,5 Prozent, ähnlich niedrig wie beim Tragen von Kontaktlinsen. In nahezu jedem Fall kann eine deutliche Verminderung der Fehlsichtigkeit erreicht werden. Zwar bietet die Behandlung keine absolute Garantie für ein Leben ohne Brille, doch können immerhin rund 90 Prozent der Patienten nach der OP auf ihre Brille im alltäglichen Leben verzichten. Nur rund 10 Prozent brauchen trotz einer deutlichen Reduzierung der Fehlsichtigkeit noch eine Sehhilfe, etwa eine Lesebrille aufgrund der natürlichen Alterssichtigkeit. Sigrid Johannsen zeigte sich jedenfalls zufrieden. Soeben erhält sie auf beiden Augen ihre Laserbehandlung. Jetzt, nur wenige Minuten später, kann sie schon recht gut sehend die Fragen von FAB beantworten. Also unangenehm war eigentlich nur diese Augenaufhalteprozedur mit dieser Spange. Aber das wurde an sich in dieser Vortragsveranstaltung auch schon so angekündigt. Und ich habe es mir von vornherein nicht unbedingt angenehm vorgestellt, wenn einem mit so einer Spange das Auge aufgehalten wird. Ansonsten, dieser Schnitt, der gemacht wird, wo die Hornhaut aufgeschnitten wird, das hat ziemlich gekitzelt eigentlich so ein bisschen im Auge. Also es war nicht unangenehm. Man hat halt nur irgendwie so das Problem, dass man nichts dagegen tun kann in dem Moment, aber also Schmerzen nicht. Und der reine Laservorgang war eigentlich ein bisschen unangenehm, dass es dieser Geruch, als wenn Haare verbrannt werden oder so. Ja, aber ansonsten hat man nichts gespürt, keine Schmerzen. In den ersten Tagen nach der Behandlung finden ambulante Kontrolluntersuchungen statt. Die Sehschärfe ist unmittelbar nach der Operation noch herabgesetzt. Der Heilungsprozess verläuft jedoch meist sehr rasch, sodass das behandelte Auge ohne Sehhilfe schon bald deutlich klarer als das Unbehandelte sieht. Bereits nach drei Tagen haben die Patienten die endgültige Sehschärfe erreicht. Doch nicht jeder kann von diesem Eingriff profitieren. Da bei Jugendlichen unter 18 Jahren das Wachstum des Auges meist noch nicht abgeschlossen ist, können sie nur in besonderen Fällen behandelt werden. Außerdem wird beispielsweise Menschen mit bestimmten Veränderungen der Netzhaut oder chronisch fortschreitenden Hauterkrankungen von der Operation abgeraten. Auch Frauen sollten sich während der Schwangerschaft nicht operieren lassen.